Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Was? Wieso? Ich hab nicht einmal gespeichert, glaube ich. Und stirb, Lehrer. Für deine nichtsnutzige Art. Alter Schwede, kommst du dann immer hier raus, oder was? Ich wusste es. Scheiß Schlange. Alter Schwede. Dann hier raus. Die kamen aber eben nicht. Ey, Lehrer, jetzt hau ab. Jetzt ist sie schon wieder tot. Ach, nö. Oh, Mann. Ja. Safe. Das dauert, das dauert, das dauert. In der Zwischenzeit ist die Schlange doch schon längst da. Alter, Schweine! Alter, wollte sie nicht... Wollte sie nicht auftauchen? Kehrt sie nicht raus? Ich lass das Medipack da gleich unten. Nein, ich hab doch schon... Stopp, ich hab doch einen, nein, ich kann noch laden. Nein, nicht springen, dann komm ich auf die Trap. Ich wollte laufen. Ja, das ist echt gemein. Alter Schwede! Ja! Nein! Oh, das war gemein! Hörst du auf damit? Jetzt guck nicht so unschuldig. Ja, genau du, Nase. Ich muss mal ganz kurz meine Nase hier hinten wieder... Der, der, der klappert schon wieder am, 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 am Es, am Gitter. Guten Morgen. Gott, der ist aber auch wach. Ich glaube, ich muss dir mal ein bisschen was zu fressen geben. Komm mal her, Schatz. Das ist so von wegen... Es gibt ja so eine geile Methode, wenn Laura sich fortzubewegen. Lass uns die mal irgendwo einsetzen. Oh, wie nervig ist das denn? So. Ich bin gesprungen! Okay. Scheiße! Wow, wo kommt die hinher? Oh, Mann! Das ist doch... Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist Schikane, ist das. Schikane nenne ich sowas. Ja, ich kann hier stehen! Alter! Sie hängt im Schilf fest. Ohne Scheiß jetzt! Wie ätzend ist das denn? Nein! Nein! Nicht schon wieder! Nein! Nicht schon wieder! Ja, genau! Schwimm nicht in der Mitte durch, sondern an den Klingen. Oh, diese Frau. Diese Frau, die macht mich nochmal wahnsinnig. Sie springt anscheinend weiter, wenn man nicht safe springt. So, erstmal die Lage checken. Das heißt, wir lassen uns erstmal umbringen. Also, durchlaufen kann man. Ich brauch Wasser! Ich brauch Wasser! Okay, ich lass mich töten oder ich lade. Ich lass mich töten. Macht mir Spaß. Kannst du mal bitte deinen Ton ausmachen? Ich hab ja schließlich auch meinen Ton nicht an. Ja, mach Enter und mach kurz Stopp. Du kannst doch Pause machen. Drache. Seine Begründung, keine Pause machen zu wollen, ist Drache. Wollen die mich verarschen? Jetzt bin ich extra runtergekraxelt, um herauszufinden, dass ich gar nicht an die Leiter komme von hier? Oh, das Spiel mobbt mich. Nein! Nicht schon wieder die Viecher! Nein! Oh, scheiße! Ich hab mich aber wirklich erschrocken. Wer könnte schon ahnen, dass da genau da Stachis rauskommen? Und ich dachte, wir... Ich dachte, ich könnte nochmal zwischenspeichern oder so. Oh, das ist gemein! Oh, das ist gemein!